Ich begrüße Sie zugleich von meiner Frankfurter Wohnung und virtuell in der Ausstellung auf Taubenblau von Geiso 20 in Braunschweig. Dies ist eine ganz besondere Ausstellung. Sie ist die erste Ausstellung, die Einblick gibt in die Sammlung von Geiso 20. Geiso 20 ist das erste offene Atelier in Deutschland, das offiziell beginnt zu sammeln, ganz professionell eine Sammlung von Werken anzulegen, vor allen Dingen von Mitarbeitern, Mitgliedern des Ateliers selber, aber auch von externen. Die Sammlung Prinzhorn, deren Direktor ich bin, wird immer wieder konfrontiert mit Anfragen, Dinge aufzunehmen von Verwandten, von Angehörigen, von Sammlern, von Künstlern zum Teil auch selber. Und da wir nur begrenzte Lagerflächen haben und tatsächlich auch nicht alles in unser Sammlungskonzept passt, können wir leider nicht alles annehmen. Es gibt aber wenige Örtlichkeiten in Deutschland, die ebenfalls Werke sammeln, die wir heute zur Outsiderart zählen. Und so kann ich nur raten, zum Beispiel zum Kunsthaus Kannen zu gehen, sich dort hinzuwenden oder zum Geiso 20 Atelier. Es gibt in Heidelberg auch eine andere Institution, die insbesondere auch Werke von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung sammelt. Das ist das Museumhaus Kajet. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber es gibt in Deutschland kein Kunstmuseum, das offiziell Werke dieser Art annimmt. Es gibt kleine Sammlungen in manchen Museen, die eher zufällig dort gestrandet sind. Die einzige Ausnahme ist das Kunstmuseum in Bayreuth, das vor einigen Jahren mehr als 5000 Werke aus dem Bezirkskrankenhaus Bayreuth angenommen hat. Das meiste davon würde auch als Outsiderart qualifiziert werden. Das ist tatsächlich ein enormer Schritt für so ein kleines, relativ kleines Haus zumal. Die Direktorin hat das damit begründet, dass diese Werke ja auch zur Moderne gehören und deshalb durchaus gesammelt werden können von einem Kunstmuseum. Diese Einstellung teilen offenbar die meisten Direktoren von entsprechenden Häusern in Deutschland leider noch nicht. Ich hoffe, sie werden das tun, zumal ja viele Künstler im 20. Jahrhundert sich haben stark beeindruckend, wenn nicht sogar beeinflussen lassen, von Werken aus dem Bereich, den wir heute der Abrut zuordnen oder der Outsiderart. Die meisten haben, glaube ich, Probleme, insbesondere mit Werken von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, weil sie denken, es sei eine zu einfache Kunst, die zu sehr an Kinderzeichnungen erinnert. Und da wissen sicherlich die meisten Enthusiasten für Geiso 20 und andere offene Artenoliers, dass das eine sehr kurz getroffene Beobachtung ist. Tatsächlich gibt es ja diese Beobachtung auch überhaupt über die Kunst des 20. Jahrhunderts immer wieder. Mein Kind von fünf Jahren kann so etwas auch wie Miro oder Klee. Und wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, ja, aber gucken wir mal genauer hin, dann sehen wir, es gibt deutliche Unterschiede. Hier wird zwar etwas aufgegriffen, auch von kindlicher Erfahrungswirklichkeit, aber es wird anders umgesetzt. Und auch bei den Werken von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung kann man das durchaus sehen. Die meisten dieser Werke wären niemals aus Kinderhand entstanden. Sie sind viel zu stark durchgearbeitet, viel zu konzeptionell geschaffen und viel zu aufwendig, auch viel zu groß oftmals für Kinderhände. Und man kann daran sehen, dass hier etwas anderes entstanden ist. Da werden tatsächlich Erfahrungen transportiert, die ähnlich sind wie die von Kindern, nämlich zumeist sehr direkte Erfahrungen einer Umweltbegegnung, einer Begegnung mit anderen Menschen. Es geht auch um Selbstprojektion, es geht um Selbsterfahrung, es geht darum zu zeigen, in welcher Weise Realität wahrgenommen wird. Und zwar in einer sehr direkten, sehr unmittelbaren Weise. Die Bilder konfrontieren uns auch sehr unmittelbar mit diesen Erfahrungen. Auch mit Erfahrungen zum Beispiel von Emotionen. Sehr viele von diesen Bildern strahlen sehr starke Energie aus, Freude aus, Lebensenergie aus. Und diese Erfahrungen sind nur vermittelt oftmals in Kunst von sogenannten professionellen Künstlern zu finden, auch selbst wenn sie sich haben anregen lassen durch diese Art von Kunst. Wir lernen in unserer Entwicklung uns immer weiter von unseren kindlichen Zeichnungserfahrungen zu entfernen und immer objektiver, und das heißt für viele auch meist mehr nah an dem, was Fotokameras oder Filmkameras projizieren, zu schaffen. Wir entfernen uns immer mehr von der direkten Beobachtung, auch der direkten Erfahrung, von Nähe zum Beispiel, und lernen, dass wir bestimmte Dinge in einer Darstellung auch entfernter darstellen müssen, perspektivisch verkleinert und so weiter. Diese Erfahrungen fehlen oftmals in den Werken, die hier ausgestellt werden, aber sie konfrontieren uns damit auch mit einer sehr viel näheren, eigentlich sehr viel wirklicheren, lebenswirklicheren Erfahrung von Realität als viele von den Bildern, die wir sonst in künstlerischen Sammlungen, Kunstsammlungen, Museen und so weiter sehen können. Eine andere Eigenart mancher dieser Werke ist die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Zeichengrund selber. Auch das ist eine Sache, die viele Künstler im 20. Jahrhundert dann beschäftigt hat, die Malmittel selber zu thematisieren, die Bildfläche vor allem auch zu thematisieren. Wir sehen hier, dass manche Künstler die Bildfläche betasten vom Rand her zum Beispiel und damit eines der Grundkonstituenten des Bildgrundes auch thematisieren. Andere Künstler schaffen ein sehr spannendes Liniengebilde, das die Seiten dieses Blattes miteinander verbindet und dabei ein Spiel entwickelt, dem es sehr spannend ist zu folgen. Das ist auch eine Sache der direkten Auseinandersetzung mit den Malmitteln, die wir gerade bei solchen Werken von Außenseiterkünstlern finden. Gaiso 20 reitet also voran in der Aufwertung auch von Werken aus diesem Kontext Outsiderart als Kunst, in dem eine professionelle Sammlung betrieben wird. Das heißt ja nicht einfach die Dinge aufbewahren, sondern das heißt sehr verantwortlich damit umgehen, sie aufbereiten, sie auswählen, vor allen Dingen auch bestimmte Kriterien entwickeln, nach denen man Dinge bewahrt und weitergibt, vermittelt. Und damit ist das Projekt tatsächlich ein Modellprojekt, denke ich, für viele Ateliers. Viele Ateliers haben Ansammlungen, also da bleiben Werke von früheren Mitarbeitern und zumeist weiß man nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Und Gaiso 20 entwickelt jetzt gerade eine Art Modellsammlung für weitere Initiativen, die sich hoffentlich entwickeln werden in der nächsten Zeit. Und ich hoffe, dass die Sammlung von Gaiso 20 auch Ängste von professionellen Kunstmuseen abzubauen hilft, sich mit solchen Werken auseinanderzusetzen und sie in ihre Sammlung aufzunehmen. Das wäre tatsächlich sehr wichtig. Bisher, wie gesagt, haben wir eigentlich nur die Derivate, die Reaktionen von professionellen Künstlern auf solche Werke in Kunstmuseen, aber nicht die Originale, die wirklichen Werke. Und es wäre wichtig, gerade auch um diese professionellen Anleihen zu verstehen, wenn Kunstmuseen die Originale quasi sammeln und daneben ausstellen. Die Sammlung von Gaiso 20 besteht zu einem Großteil aus Werken von Mitgliedern des Ateliers, die dort nicht mehr arbeiten. Zum Teil sind sie auch bereits gestorben. Und dabei sind große Entdeckungen zu machen. Es gibt große Individualitäten dort zu entdecken. Zum Beispiel Roland Gauder, der am Mittellandkanal aufgewachsen ist, sich besonders stark für Schiffe interessiert hat. Aber den auch insgesamt Verkehr interessiert und auch Häuserfronten. Das Erlebnis in der Großstadt. Das setzt er auf sehr eigenwillige Weise um. Sehr dynamisch. Es sind farbkräftige Bilder, die trotzdem transparent erscheinen. Also die Farben sind so angelegt, dass wir immer noch den Eindruck haben, wir können das Ganze durchschauen. Dadurch werden die Darstellungen sehr komplex, aber behalten ihre Dynamik und vor allen Dingen auch ihre farbliche Werft, die einen sofort in den Bann schlägt. Roland Gauder lädt die Dinge, die er zeigt, farbig und vom Strich mit dem Farbstift sehr stark energetisch auf. Und man hat den Eindruck, dass er sich in all diese Dinge sehr stark hineinversetzt. Das sind eigentlich Ich-Projektionen, die wir dort sehen. Und er ist derjenige, der in diesen Bildern Aktion vollzieht. Man könnte sagen, diese Bilder sind aufgeladen mit Energie, vor allem natürlich auch mit männlicher Energie. So beeindruckt insbesondere dieses eine Bild, sehr mit dem großen Schiff um das kleine Schiff herum sich gruppiert haben und das Ganze mit Wasserstrahlen abspritzen. Das ist ein Bild, das sehr stark solche Energie transportiert. Ein anderer Künstler, der auch sehr beeindruckt in der Sammlung ist Mario Ohmes, der eine andere Form von Darstellung des Menschenbildes wählt als die meisten in der Sammlung. Oftmals sehen wir farbkräftige Ich-Projektionen, kleine Figuren, die sehr selbstbewusst dem Betrachter gegenüber treten, frontal im Bild aufgestellt. Hier haben wir es mit Liniengebilden zu tun, die die Figuren nicht nur präsentieren, sondern auch analysieren. Tatsächlich sehen wir die Figuren selber unbegleitet und dann in Schichten darum ist die Kleidung aufgeführt. Und das Ganze scheint sich zu überlagern und zu durchdringen und wir haben ein sehr komplexes Gebild, ein sehr komplexes analytisches Gebilde, das eine eigene Form von Räumlichkeit entwickelt. Oftmals sind die Figuren wie auf einem Spielfeld verteilt und zugleich überlagern sie sich dabei. Das ist ein Künstler, der eine Darstellungsform gewählt hat, die wir auch bei anderen Künstlern des Bereichs Outsider Art kennen, aber hier in einer sehr individuellen Weise. Man denkt zum Beispiel an Bilder von Dwight McIntosh, einem der Stars des Ateliers Creative Growth aus Oakland, der auch ähnliche Formen der Überlagerung und der transparenten Analyse von Figuren und Figurenkonstellationen geleistet hat. Neben diesen ehemaligen Mitgliedern, die in der Sammlung vertreten sind, sind externe Künstler. Eine davon ist Dietrich Baumgart, auch ein Braunschweiger immerhin. Ein Mann, der in jungen Jahren, 1959, da war er gerade 16 Jahre alt, an der Werkkunstschule in Braunschweig mitgetan hat in den Ateliers der jungen Studenten. Akzeptiert nicht nur von den Professoren, sondern auch von den Kommilitonen. Und in einer sehr eigenwilligen Weise naive Figurenkonstruktionen und zum Teil auch fast moralisierende, zum Teil märchenhafte Darstellungen mit Text geschaffen hat. Auch bei der druckgrafischen Werkstatt mitgewirkt hat und sehr interessante und zum Teil auch gewagte Experimente gemacht hat mit den Medien, die dort zur Verfügung standen. Der ist als ein Außenseiter damals akzeptiert worden, konnte allerdings an dieser Werkkunstschule dann nur bis 1963 arbeiten. Wahrscheinlich, weil sein Vater nicht mit diesem Weg eines Künstlers einverstanden war und wollte, dass der Junge etwas Vernünftiges lernt. Ich bin mit diesen Werken durch den ehemaligen Professor an dieser Werkkunstschule Georg Geiger konfrontiert worden, der mir eines Tages sagte, du musst mal rausfinden, was mit diesem Künstler ist. Ich habe hier einige Arbeiten und diese Arbeiten hat er mir dann kurz vor seinem Tod quasi als Vermächtnis geschenkt. Ich bin an Geiso 20 herangetreten und habe insbesondere den Mitarbeitern dort gesprochen und gefragt, was können wir tun, wie können wir diesen Menschen eigentlich finden, vielleicht gibt es ihn ja noch, vielleicht arbeitet er auch noch. Und tatsächlich hat dann Recherche ergeben, dass er im Warendorfer Klinikum arbeitet noch, auch in einer künstlerischen Werkstatt künstlerisch tätig ist. Und wir haben damals, das ist auch schon einige Jahre her, eine kleine Ausstellung machen können, auch schon in Geiso 20, die diese frühen Arbeiten, von denen auch noch einige Kommilitonen welche hatten. Die sind jetzt auch geschenkt worden an die Sammlung von Geiso 20, zusammengestellt wurden, auch mit meinen und aktuellen Arbeiten. Der Dietrich Baumgart war selber da, war sehr froh, dass er jetzt in dieser Weise gewürdigt wurde. Und insofern ist das ein Anschluss an eine frühe Wertschätzung eines Außenseiters in der Kunst in Braunschweig, der hier mit in die Sammlung aufgenommen worden ist. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Fundierung auch für diese Sammlung. Es gibt viel zu entdecken in dieser Ausstellung. Ich hoffe, dass sie doch noch eine kleine Zeit jedenfalls wirklich analog sichtbar sein wird. Aber das Gute ist, die Werke, die hier gezeigt werden, bleiben in Braunschweig und werden auch später immer wieder sichtbar sein und sind sicherlich auch für das Publikum auf andere Weise zugänglich. Es ist ja ein Einblick in eine Sammlung, die wächst und die hoffentlich andere Sammlungen anstiften wird und nicht zuletzt Kunstmuseen dazu motivieren, ähnliche Werke in ihrer eigenen Sammlung aufzunehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.